1, 2, so. Und zwar tauche ich mit der Spitze nach unten ein und übernehme jetzt mit der kleinen Fingerseite kommend den Griff. Ich kann jetzt rechts lösen. Ich habe hier wieder die Rückhand. Vorhand, Rückhand. Ich übernehme mit der kleinen Fingerseite kommend und habe hier wieder mein Acht. Ich kann es direkt machen oder ich mache den Achterschwung, einen kompletten Schwung nochmal extra. Eins, zwei, drei, röpteren. Eins, zwei, drei. Und dann geht es weiter. Die Spitze taucht nach unten ab, kommt von meinem Ellenbogen zum Schwertgriff, mit der kleinen Fingerseite hinfüllen, übernehme den Griff, dann gehe ich den Achterschwung weiter. 1, 2, 3, tauche nach unten, vom Ellenbogen kommt mit der kleinen Fingerseite zur Hälfte, dann richte ich hinfüllen, ab die Decke 1, 2, 3. Okay, lassen wir es mal laufen. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wenn ich jetzt diesen Griffwechsel mache, dann ist es immer ganz praktisch, wenn ich meine Front zum Geschehen drehe. Ich habe jetzt ab und zu mal die Hüfte verdreht gehabt und dann wird es schon etwas heikel, hier einzudrehen, um zu übernehmen. Wenn ich das andere Beige vorne habe, dann ist es noch leicht gängiger. Ich drehe mich jetzt hier nach rechts, wenn ich von rechts nach links vergebe, drehe mich jetzt nach links und wenn ich von links nach rechts wieder drücken kann. Nochmal den Übergeben jetzt direkt. Und gut. Jetzt drehen wir das Ganze um. Das heißt, ich mache den Achterschwung von unten nach oben. Und wenn ich das Schwert in der rechten Hand halte und bin auf der linken Seite, dass ich die Spitze auch wieder sinke, komme voll wieder, so wie eben von meinem Ellenbogen, kleine Fingerseite führt, übernehme den Griff. Und dann komme ich hier wieder in den Achterschwung. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich das Schwert in der linken Hand, übernehme auf der rechten Seite, lasse die Schwertspitze abtauchen, komme von meinem Ellenbogen, kleine Fingerseite führt und übernehme den Griff. Ich greife den Griff. Eins, zwei, drei. Übernehme. Eins, zwei, drei. Übernehme. Auch hier gilt wieder, dass es mir leichter fällt, es ist leichtgänger, wenn ich mich zum Geschehen hin orientiere. Das heißt, ich drehe mich mit der Front zum Schwertgriff, wo ich übernehme, drehe mich jetzt in die andere Richtung. Okay. Ich rufe, ich rufe, ich rufe. Und du Roe. Ich rufe, ich rufe. Auch hier kann ich mal den Wechsel direkt machen, das heißt kein dreimal den Achter Schwung, wie hier, sondern direkt, hier und dann hoch übernehmen, hier und dann hoch übernehmen Und dann nochmal den Dreierschwung, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 All good Okay